Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bardo mit BMZ Nr. 801 und den Themen, die Behinderung, der kostenlose Künstler und meine MMO-Tipps. Hallo Bardo, ich wünsche dir zuallererst nur das Beste und gute Besserung. Dankeschön. Da ich auch mit 14 Krebs hatte, weiß ich, wie ätzend Chemo sein kann und hoffe, dass du alles gut überstehst. Mit 14, oh Gott, du armer, armer Kerl. Als ich 15 war, hatte ich eine sehr amüsante Begegnung mit einem Rentner in einem Bus. Ich stieg wie jeden Tag, wenn ich aus der Schule kam, an der ersten Haltestelle ein und fuhr nach Hause. Ich saß auf einem der Behindertenplätze, die extra gekennzeichnet sind, nähe der Tür mit diesem Kreuz. An der zweiten Haltestelle stieg ein älterer Herr mit einer Gehhilfe ein. Da ich so erzogen wurde, wollte ich ihm meinen Platz anbieten, damit dieser nicht stehen muss. Jedoch kam ich gar nicht dazu, da blaffte mich der ältere Herr an, dass ich doch sofort aufstehen sollte. Perplex, wie ich war, kam von mir nur ein Bitte. Daraufhin wurde der ältere Herr lauter und fing an, sich aufzuregen. Eine Frau auf der anderen Seite bat dem älteren Herrn ihren Platz an, den er jedoch ablehnte mit, ich sitze immer hier. Nun meldete ich mich zu Wort, dass der ältere Herr sich ja auf den Boden setzen könnte. Warum denn auf den Boden setzen? Okay. Anschließend erhielt ich die passenden Phrasen wie, ich nehme an, das Wort soll Jugend heißen und das ist ein Tippfehler. Die Jugend heutzutage hat keinen Respekt mehr vor dem Alter, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Ich verwies ihn darauf, dass er sich nicht respektvoll mir gegenüber verhalten hätte. Ich muss mal kurz lesen, was er denn gemacht hat. Er hat sich gebeten, sofort aufzustehen und hat sich dann aufgeregt. Doch dieses Argument schließt auf taube Ohren. Das Ganze ging noch knapp fünf Minuten so, bis der ältere Herr laut nach dem Busfahrer rief. Dieser alte Herr bei, der die Situation anscheinend mitbekommen hatte, der ältere Herr holte einen Schwerbehindertenausweis in seiner Tasche und sagte, dass er sich auf meinen Platz jetzt setzen möchte. Der Busfahrer bat mich höflich, bitte aufzustehen, da diese gekennzeichneten Plätze für solche Fälle da sind. Als ich dem Busfahrer meinen Schwerbehindertenausweis gezeigt habe, lächelte der Busfahrer und teilte dem älteren Herrn mit, dass ich dort sitzen bleiben dürfte. Der Rentner fing gut in Branden an rumzuschreien, dass er dort seit Jahren säße. Das Schauspiegel ging noch knapp drei Minuten, so weiter. Und anschließend ist der Bus ohne den älteren Herren weitergefahren. Bin ich das Arschloch? Findest du, ich habe mich falsch verhalten? Kurzversion schon, aber nicht so falsch, wie er glaubt, dass du dich verhalten hast. Ich persönlich sehe es nicht ein, Leuten, egal in welcher Alterskategorie, Respekt entgegenzubringen, die mir keinen entgegenbringen. Viele Grüße und alles Gute. Ja, also die Situation für diejenigen von euch, die sich jetzt gerade fragen, was Sache ist, ist vermutlich die gewesen. Und korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liegen sollte, dass man allgemein als jemand, der an Krebs erkrankt ist und die entsprechende Behandlung bekommt, als behindert bzw. schwerbehindert gilt. Das ist auch bei mir der Fall. Obwohl ich eigentlich keine signifikante Einschränkung im Moment habe, was mein allgemeines Leben so betrifft, gilt das trotzdem. Unter anderem, weil es halt immer sehr, sehr schwer ist, nachzuweisen, welche Formen von Krebs, wann zu welchem Zeitpunkt, wie starke Beeinträchtigungen mit sich bringen. Und dann gibt es halt noch den Fall, den Faktor, dass man meistens im Rahmen von Krebserkrankungen halt zum Beispiel Chemo- und Bestrahlungstherapien macht, die wiederum mit, also sehr, sehr unterschiedlich starke Auswirkungen haben können. Bei mir ist es halt so, das habe ich schon mal erzählt, an den Tagen, wo ich Chemo bekomme, bin ich erstmal wie so komplett im Eimer und habe kein bisschen Energie mehr. Was auch einer der Gründe ist, warum zum Beispiel an den Chemo-Tagen ich die Fahrtkosten, sogar Taxikosten ersetzt bekomme, zumindest anteilsmäßig von der Krankenkasse, aber an anderen Tagen nicht. Weil sie jetzt sagen, das ist so eine starke Belastung, da können wir dir das nicht mal zumuten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. So, das ist der Grundgedanke dahinter. Was aber natürlich auch bedeutet, dass diese Art von Schwerbehinderung sehr, sehr regelmäßig ein Falsch-Positiv ist. Also, dass diejenigen, die diese Art von Behindertenausweis haben, halt in ganz, 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 ganz vielen Fällen zu einem ganz, ganz großen Teil der Zeit keine Beeinträchtigung haben, die größer ist, als die von einem durchschnittlichen anderen Menschen des entsprechenden Alters. So, das mal vorweg geschickt, warum unser OP hier einen Schwerbehindertenausweis hat. Es sei denn, es gibt noch irgendwas anderes, weswegen er das hat und auch über einen längeren Zeitraum hat. Dann wird es vermutlich die Situation gegeben haben für diesen Herrn, dass er sehr häufig sich seinen Platz erkämpfen musste gegenüber Leuten, die dort nicht rechtmäßig gesessen haben. Weil man normalerweise nicht darauf achtet oft oder sich trotzdem dahinsetzt. Und ich möchte auch nicht wissen, in wie vielen Fällen er dann diskutieren musste mit Leuten darüber, dass es eben ein Platz ist, der freizugeben ist für Leute mit Behinderungen und so weiter und so fort. Und das hat er bei dir halt auch gedacht. Er hat gedacht, dass du wieder einer von denen bist, die dort unrechtmäßig sitzen und wollte dann quasi auf den Platz, von dem er glaubte, dass er ihm zusteht. Das Ganze hättest du sehr, sehr, sehr leicht unmittelbar entschärfen können, indem du gesagt hättest, oh, das tut mir leid, das ist ja ein Platz für Menschen mit Behinderung, aber ich bin selber, also ich habe selber auch einen Behindertenausweis. Ob er dann gesagt hätte, das ist aber nicht gerechtfertigt bei dir mit den Gründen, die ich jetzt auch genannt habe, womit er unter Umständen recht hat, steht jetzt auf einem anderen Blatt, wissen wir nicht, das ist hypothetisch. Aber du hast die Situation ja bewusst eskalieren lassen, um ihn auflaufen zu lassen. Und das war halt unnötig, war komplett unnötig. Ich weiß auch nicht, wie viele andere Plätze es im Bus gegeben hätte, wo man sich sonst noch hätte hinsetzen können. Ich kann nur von mir und meiner jetzigen Situation sprechen. Ich hätte auch ein Anrecht auf einen Behindertenausweis, einen Schwerbehindertenausweis, glaube ich zumindest. Zumindest mein Stand der Information, den ich noch nicht habe, diese Art von Ausweis. Und ich würde halt auch zum einen A, den Platz frei machen, beziehungsweise mich erst gar nicht auf einen solchen Platz setzen, es sei denn, es wäre kein anderer Platz mehr frei. Weil es in meinem Fall halt in 99 Prozent der Fälle nicht nötig wäre, den zu nutzen. Ich glaube, dass er sich trotzdem falscher verhalten hat als du, weil er halt auch irgendwie direkt auf Krawall gebürstet war, ohne sich zu überlegen, dass es tatsächlich einen Grund geben könnte, warum du da drauf sitzt. Auf der anderen Seite ist halt die Wahrscheinlichkeit, das ist wieder so ein Wahrscheinlichkeitsding. Wenn da ein junger Mensch sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der unter einer schweren Behinderung leidet, die nicht für irgendjemand erkennbar ist. Und auch wenn er sich dann sprachlich geäußert hat, man dann nicht sagen kann, es gibt vielleicht eine starke geistige Behinderung oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich rechtmäßig dort sitzt, ist vermutlich 1 zu 1000 oder 10.000 von allen Leuten, die üblicherweise auf diesem Platz sitzen. Und von daher verstehe ich, warum er diesen Fehler gemacht hat, was nicht rechtfertigt, dass er sich dann irgendwie pumpig verhalten hat und dann irgendwie rumtrotzt. Das Ende dann, dieses Rumgetrotze war halt nur irgendwie, dass das, keine Ahnung was, dieses typische, eigentlich müsste ich jetzt einsehen, dass ich mich falsch verhalten habe, aber ich bin jetzt trotzig und sehe es deswegen immer noch nicht ein. Und anstatt zu sagen, ich bin aber derjenige mit der Behinderung und habe deswegen das Anrecht, schwenke ich halt um, moving the goalposts und sage, ich habe hier aber schon immer gesessen. Ja, also bei dem entsprechenden Subreddit wäre es die, wäre mein Fazit ESH, everybody is shitty hier. Also jeder hat sich nicht besonders rumreich verhalten, wobei du aus meiner Sicht einen etwas geringeren Fehler gemacht hast als der Herr. Andererseits kenne ich seine Erzählung nicht und man neigt ja dazu, dass man in den eigenen Geschichten doch durchaus eher der Held als der Bösewicht ist. Von daher das unter eben diesem Vorbehalt. Ach, jetzt haben wir zwei in Folge. Wir haben zwei in Folge, die im Prinzip die, die, die gleiche, die gleiche Fragestellung waren. Nochmal. Hallo Barlow, ich bin schon seit BC-Fan deines Contents und höre BMZ seit dem niedrigen zweistelligen täglich. Also irgendwie noch in den 10er, 20er Folgen oder so. Lange dabei auf jeden Fall. Jetzt wird es auch für mich Zeit, eine Frage zu stellen. Ein guter Freund von mir ist mittelprächtig bekannter Fantasy-Artist auf Twitter, Tumblr, DeviantArt. Dabei malt er von Gaming-Franchises und Serien alles, was er toll findet. Seine ist Orgs, also eigene Charaktere oder Fanart von Kanon-Charakteren. Ich unterstütze ihn dabei seit Jahren und war einer der Ersten, die ihn voll und ganz gestützt haben. Verstehe ich also finanziell oder einfach nur, hey, wow, das machst du cool. Oft hat er mir erzählt, dass seine RL-Freunde ihn mehr kritisieren für seinen Style als für seine Fähigkeiten zu loben. Ja, ja, verstehe ich. Ist aber auch oft so, dass man natürlich die Kritik viel, viel mehr wahrnimmt als Lob. Gerade der von ihm gewählte Anime-Style ist nicht sonderlich beliebt. Auch wenn das konstruktiv sein kann, immer nur negatives zu hören ist, Scheiße. Ich weiß nicht, ob das konstruktiv sein kann. Also wenn er einen Stil hat, dann ist ja zu sagen, dein Stil gefällt mir nicht, ist nicht konstruktiv. Da ist ja nichts konstruktiv dran. Ich war deshalb gerne immer die positive Stimme, denn ich liebe seinen Style. Jetzt kommen wir zu dem Arschloch-Teil. Anfangs hat er nur Bilder gemalt für Leute mit derben, eher auch Aktivrollen, mit denen vermutlich heißt es. Es geht jetzt nicht um derbes Rollenspiel, sondern einfach nur um Leute, mit denen er Rollenspiel betrieben hat. Ich habe da nie wirklich dazugehört, weil ich damit nicht viel anfangen kann. Dennoch hätte ich mich stets über Bilder für meine Charaktere gefreut. Okay. Gegenfrage, hast du ihm das gesagt? Weiß man nicht, ne? Ich war immer ein bisschen neidisch, wenn jeder im TS einen Avatar von seinem Charakter hatte, nur ich und zwar andere nicht. Mein Partner machte auch mit der betreffenden Person RP und hat dementsprechend einen großen Ordner mit Bildern der eigenen OC's auf seinem Computer. Was sind denn OC's? C besteht bestimmt für Charakter, ne? Online-Charakter, keine Ahnung. Aber ich nehme an, es geht um Charaktere. Inzwischen bin ich tatsächlich mit fünf anderen in einer PNP-Gruppe mit dem betreffenden Künstler und der Einzige, der kein Porträt für seinen Charakter hat. Meines Wissens hat niemand für die Bilder bezahlt, sondern der Künstler malt die einfach so. Ohne zu fragen, macht er es einfach. Nur bleibe ich auf der Strecke. Ne, nur ich bleibe auf der Strecke. Selbst die Nachzügler, die nach mir dazugestoßen sind, haben nach dem ersten Spieltag ihre Charaktere gemalt bekommen. Ich habe in der Vergangenheit das ein oder andere Mal ein Bild für meinen Partner aufgegeben, im Voraus auf monatelige Warte, bis es fertig war. Du hast ein Bild für deinen Partner aufgegeben. Meinst du damit, dass du für Geld diesen Künstler beauftragt hast, ein Bild des Charakters deines Partners zu malen? Ich nehme an, das ist so gemeint. Ich beantworte das jetzt so, als wäre es so gemeint. Als es der Person echt mies ging, habe ich ihm einfach Geld gegeben, damit er sich etwas zu essen kaufen kann. Bin ich ein Arsch, wenn ich ein Dankeschön erwarte? Ein Bild von meinen Babys, meinen Charakteren? Nur weil ich keine RP mache, heißt das nicht, dass ich sie nicht auch liebe. Ich könnte mir ein Bild für mich kaufen, aber es geht mir einfach darum, nur die gleiche Behandlung wie alle anderen zu erhalten. Bin ich nur gierig oder will ich Gerechtigkeit? Oh Gott, Gerechtigkeit, was für ein hochtrabendes Wort. Im Zuge der Gerechtigkeit möchte ich auch ein Bild von meinem Furry-Charakter haben. Vom Arnus aber auch nur. Ich wünschte dir gute Besserung und einen beschwerdefreien Weg dorthin. Ja, das wünsche ich dir mir auch. Also dir, wenn es nötig sein sollte, auch. Aber ich hoffe nicht, dass es bei dir im Moment nötig ist. So, die wichtigste Frage ist, weiß der entsprechende Künstler, dass du das gerne hättest? Das ist die erste wichtige Frage. Also du sagst, du hast ihn unterstützt, da war ich noch nicht ganz sicher. Vermutlich finanziell, wenn ja, für was? Hast du ihm Aufträge gegeben, X oder Y zu zeichnen? Ist das sehr, sehr naheliegend, dass er weiß, dass du gerne diese entsprechenden Bilder von deinen Charakteren hättest? Oder hast du ohnehin schon ähnliche Sachen in Auftrag gegeben? Und der denkt sich vielleicht, der hat da 100 Stück von. Das hat jetzt keinen großen Mehrwert, wenn ich ihm das 101. davon zeichne. Denn ganz verrückte Geschichte. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was er aus böser Absicht oder aus Ignoranz tut oder sich denkt, der muss aber dafür blechen, wenn schon. Wenn dem so wäre, hättest du, glaube ich, recht. Also dann würde ich auch sagen, das ist ein bisschen blöd, jemanden zu haben, der einen finanziell über eine lange Zeit unterstützt. Und anderen etwas, was alle gerne haben, umsonst gibt und von dir zu erwarten, dass du dafür Geld bezahlst oder so. Die Frage ist halt, ob er wirklich weiß, was dir daran liegt. Für mich halt keine Ahnung was. Ich kann jetzt schwer ein Beispiel finden, aber es ist ja nicht immer so naheliegend, dass man weiß, dass jeder die gleiche Wertschätzung für diese entsprechende Arbeit hat oder so. Ja, wenn ich irgendwelche Leute habe, mit denen ich zum Beispiel immer einen Grillabend habe und eine Grillgruppe mache und jeder sich von denen darüber freut, wenn er eine Barlow-Frikadelle bekommt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass jeder andere Mensch auf dem Planeten gerne eine Barlow-Frikadelle hätte. Und es gibt keine Barlow-Frikadellen. Dieser Grillabend war auch blöd, weil meine Kunst sind ja die Schnitzel und nicht die Frikadellen. Meine Frikadellen sind eher so mäßig, daran muss ich nur arbeiten. Und das wäre dann halt der wichtige Punkt. Also hast du das irgendwann mal zur Sprache gebracht und gesagt, boah, das fände ich aber auch cool oder so? Oder hat er es vielleicht sogar abgelehnt? Vermutlich nicht, ne? Also dass du gefragt hast, ey, willst du nicht auch mal das für mich machen? Und er hat dann gesagt, nur wenn du Kohle rausrückst, in all den Fällen, wenn er so quasi bewusst ablehnt, etwas zu tun oder nur für Geld tun würde, in deinem Fall würde ich sagen, du bist definitiv insofern im Recht, dass das ein blödes Verhalten ist. Gerade dann, wenn du ihn vorher finanziell unterstützt hast. Ich gehe davon aus, dass das eher was ist, wo mangelnde Kommunikation und mangelndes Wissen zu dieser Situation geführt hat. Kann mir nicht vorstellen, dass er, gerade wenn er das sehr, sehr regelmäßig für andere macht. Noch eine Geschichte wäre es halt, wenn er das nicht für andere machen würde. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt keine Talente, was das Zeichen oder sonst was betrifft, aber es gibt immer wieder mal jene Leute, die irgendwelche Anfragen stellen, ob ich irgendwas für sie einsprechen kann. Ja, irgendeine Werbebotschaft, irgendeinen Anrufbeantwortertext und so weiter und so fort. Was ich halt allgemein erstmal für niemanden von mir aus mache, weil ich nicht denke, dass jetzt irgendeiner Kumpels sich denken würde, irgendwie, hey Mensch, ich fände das total toll, wenn Georg meinen Anrufbeantwortertext sprechen würde. Ein anderer mag das vielleicht anders sehen. Und bei mir ist es allgemein so, dass ich, dass ich halt sage, ja gut, das ist mein, mein, mein Job mal grundsätzlich. Wenn du mich dafür buchen möchtest, kannst du das gerne tun und dann reden wir, verhandeln wir über einen Preis. So, allgemein. Wenn das jetzt ein Kumpel wäre, der mich fragen würde, kannst du das mal eben für mich machen, wäre das völlig anders. Aber wenn mich ein Unbekannter anfragen würde dafür, dann würde ich zunächst mal sagen, lass uns über den Preis sprechen. Nur, das scheint ja hier nicht der Fall zu sein. Es scheint ja irgendwas zu sein, was der von sich aus freiwillig macht. Das heißt, dieser Teil gilt ja auch nicht, dass man halt sagen muss, wenn es sein Job ist und er damit Geld verdient, dann ist es sein gutes Recht, dass er dafür dann eben auch Geld verlangen würde. Also, ich glaube, das ist meine Vermutung, das ist ein Kommunikationsproblem, das ich vermutlich sehr leicht lösen ließe. Und ich glaube sogar, dass er vermutlich happy wäre, dir in dem Punkt einen kleinen Gefallen zu tun. Das ist meine Vermutung, wie ich die durchschnittlichen Menschen einschätze, dass er ein bisschen betriebsblind gewesen ist und vermutlich sehr, sehr glücklich wäre, dir eben auch den kleinen Gefallen zu tun, einen Charakter oder einen Avatar für dich zu zeichnen, ohne die Hand dafür aufzuhalten. Und wenn nicht, dann reden wir weiter und müssen ein ernsthaftes Wort mit ihm reden oder mit ihr. Ich glaube, du hast gesagt, dass es eher ein Er ist. Hallo Baro, nach jahrelangem Zuhören, auch mal eine Frage von mir. Ich bin Teil eines Teams, das mittlerweile schon, Moment, ihr zweites Spiel, ich musste wieder rülpsen, ich muss mich kurz muten zwischendurch. Ihr zweites Spiel, diesmal eine komplette Eigenentwicklung, nicht im Auftrag einer anderen Firma produziert. Wir sind ein achtköpfiges Team, das ist gar nicht mal so klein, also achtköpfig, das ist schon, da kann man schon ein bisschen was hinkriegen, das aktuell ein Rollenspiel im Mittelalter-Setting versucht umzusetzen. Wir sind gerade dabei, die erste Version mit unseren Freunden und Verwandten zu testen bzw. uns Feedback zu holen. Da wir aus der Brettspiele-Welt kommen, ist unser Game Design sehr oft an klassischen Pen-and-Paper-Spielen an der D&D oder auch Andor angelehnt. Da du ja Einschläge und Erfahrungen im Videospielbereich hast, würde ich dich fragen, ob es für dich persönlich Dinge gibt, die du in den meisten MMORPGs vermisst bzw. Dinge, die du gerne gesehen hättest, die dann aber doch nicht implementiert wurden. Ich finde externe Meinungen und Ideen diesbezüglich immer interessant, da wir auch innerhalb des Teams immer wieder um einzelne Dinge diskutieren und jeder ein bisschen andere Blickwinkel hineinbringt. Ja, viel mehr kann ich auch nicht tun, als so meine persönlichen Empfindungen und Präferenzen reinzubringen. Es ist immer so ein bisschen hilfreicher, eine konkrete Problemstellung zu haben, als irgendwie so allgemein gefragt zu werden, was würdest du in einem Game, an Game Design bevorzugen. Aber wenn dann wieder an dem Punkt, wenn das so allgemein gefasst ist, wenn ich das leicht aus dem Stehgreifen und auf die Schnelle beantworten könnte, dann wäre ich vermutlich der gefragtestste Game Designer der Welt, wenn das so schnell und einfach ginge. Und von daher, ich kann so ein paar allgemeine Sachen sagen, die für mich wichtig sind. Also eine Sache ist zum Beispiel, dass ich, für mich ist Grafik dann, also nicht wichtig und absolut nicht essentiell, um Spielspaß zu haben. Es sei denn, die ist störend schlecht. Es gibt halt Spiele, bei denen ich die Grafik so unglaublich abstoßend schlecht fand, dass ich mir dachte, es fällt mir schwer, das zu spielen. Und das ist halt immer schwer zu sagen, weil dieser Uncanny Valley-Effekt reinkommt. Und Minecraft hat ja wohl, vermute ich, da sind wir uns einig, mit die schlechteste Grafik, also so rein objektiv betrachtet von allen Spielen, die es so gibt. Aber die ist halt so unglaublich abstrakt, dass es nicht störend wirkt. Wohingegen es andere Spiele gibt, die eine durchaus bessere Grafik haben, die trotzdem störender wirkt und negativ auffällt. Dann ist es bei mir so, dass ich Game Design über so ziemlich alles andere erst mal stelle. Also macht es mir Spaß, die entsprechenden Klassen, Charaktere und so weiter zu spielen. Das ist mir zum Beispiel viel, viel wichtiger als Story. Und so, nicht, dass ich Story total scheiße finde. Es gibt auch Spiele mit einer herausragend erzählten Story. Im MMO-Bereich nenne ich halt immer noch Star Wars The Old Republic. Aber das ist erstens mal nicht zwingend das, wofür ich ein MMO spiele. Und vor allen Dingen ist es etwas, wo ich auch ohne Spaß haben kann. Das gilt bei allen Spielen. Es gibt ja ganz offensichtliche Spiele, wo das der Fall ist Tetris oder so. Das kann einem durchaus Spaß machen, ohne dass man die Story kennt. Wobei es bestimmt sogar zu Tetris irgendeine Story gibt. Das ist bei mir so. Dann beim Charakter- und Klassendesign ist es für mich halt so, dass für mich definitiv nicht gilt, viel hilft viel. Weder was die Menge der Klassen und Variationen betrifft, Entschuldigung, noch die Menge von Zauber, Fähigkeiten oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Da ist es eher so, dass ich mir bei den Klassen zum Beispiel wünsche, dass wenn es Klassenkonzepte gibt, die in irgendeiner Art und Weise zunächst mal ein grundlegend mehr oder weniger einzigartiges Design, so eine Designphilosophie haben sollten, weil ich mich ansonsten frage, warum es die Klasse zweimal gibt. Mal als Beispiel nehmen wir mal den Classic Frostmage und den Classic Destruction Warlock. Der eine macht schwarze Feuerbälle, der andere macht blaue Feuerbälle und ja gut, dann gibt es noch den Firemage, der die roten Feuerbälle macht. Aber ansonsten haben die sich durch wenig unterschieden, was das Gameplay betrifft. Wo sich mir die Frage stellt, warum brauche ich Klassen, die relativ ähnlich funktionieren? Die haben alle einen Projektilzauber mit einer Travel-Time. Also das ist nicht Instant oder sonst was. Es ist nicht ein Damage-Over-Time oder keine unmittelbar wichtige, signifikante Komponente, auch wenn der Fireball und Pyroblast eine leichte Damage-Over-Time-Komponente haben. Aber die ist nicht das Grundkonzept davon. Also die haben beide die Situation, die sind Fernkämpfer. Sie können während dieser entsprechenden Zaubercast kein Movement nutzen. Die Zauber haben eine ähnliche Cast-Time. Also nicht so, dass der eine, keine Ahnung, eine Sekunde hat oder so eine andere hat vier Sekunden, dass man sagen kann, das unterscheidet sich so extrem. Und ansonsten gab es keine wirklich wichtigen Interaktionen, die das Gameplay grundsätzlich anders gemacht hätten. Und dann ist es halt so eine Sache, wo ich mich frage, wofür brauche ich das? Nur damit es eine andere Farbe haben kann. Das ist keine Vielfalt, sondern das ist so ein Stück weit, ja, ein bisschen vergebene Liebesmüh. Investierte Zeit in ein Design, was im Prinzip nur ein Duplikat ist, dass man etwas von mir benutzt hat. Und das wäre mir allgemein wichtig, denn meine Entscheidungsfindung, wenn ich ein RPG spiele, wenn ich eine Klasse mir in einem RPG aussuche oder in einem MO aussuche, ist, macht mir das Gameplay mit dieser Klasse Spaß. Damit ist es halt auch wichtig, verschiedene Alternativen zu haben, was das Gameplay betrifft. Ein Fernkämpfer, ein Nahkämpfer, dann sowas, wie wir eben gesagt haben, Projektil basiert, dann möglicherweise Instant-Hit basiert. Also Movement möglich bei einem Fernkämpfer oder nicht. Das wäre dann zum Beispiel der BM-Jäger, bei dem das möglich wäre. Wobei das wiederum dann keine so große Rolle spielt, aber es wäre physischer Schaden verglichen halt mit irgendwelchen Magieschulen. Das alleine wäre für mich noch nicht der Grund, zu sagen, das ist jetzt eine komplett anders sich spielende Klasse. Dann, ob es eine Pet-Klasse ist, keine Pet-Klasse. Bei den Heilern würde ich sagen, würde ich durchaus verschieden als legitim erachten, wenn es unterschiedliche Heilungsformen sind. Absorb basiert, Hort, Direct Heal und so weiter und so fort. Vielleicht sogar unterscheiden zwischen Gruppen und Single-Target oder so. Das sind so meine Sachen, die für mich so die grundlegende Design-Philosophie in einem MMO bestimmen würden, die für mich ganz persönlich hochgradig wichtig wäre, um zu entscheiden, kann ich an so einem Spiel Spaß haben. Wenn ich keine Klasse finden kann, mit der ich mich so richtig identifizieren kann, was die Spielweise betrifft, fällt es mir sehr, sehr schwer, das Spiel zu spielen, was zum Teil im aktuellen WoW so ein bisschen der Fall ist, weil da irgendwie immer mehr und mehr dazugekommen ist. Klassen sind immer komplexer geworden, immer mehr Zauber dazugekommen, die im Prinzip nichts anderes sind, als einen Button mehr zu drücken. Das ist übrigens dann die nächste Fortsetzung des Gameplay-Konzepts. Wenn ich einer Klasse Zauber gebe, dann möchte ich auch das Gefühl haben, dass die verschiedenen Zauber unterschiedliche Dinge tun. Und nicht, dass ich vier Tasten habe, von denen jede dieser vier Tasten ein Direct-Damage-Spell ist, die einfach nur unterschiedliche Cooldowns haben, damit ich statt einer Taste vier unterschiedliche drücken muss. Das gibt mir persönlich keine interessante Interaktion. Es ist halt so ein bisschen hier so ein Mäusekino mit dem Leuchten, was gerade geprockt ist oder so, meets Quick-Time-Event. Aber ansonsten gibt mir das nichts Interessantes. Wenn es eine Interaktion zwischen diesen entsprechenden Zaubern gibt, dass man sagt, ich muss von dem einen irgendwie mehrere Stacks vielleicht aufbauen, damit ich den anderen benutzen kann. Oder der eine macht Combo-Punkte, mit denen ich wiederum einen Finisher machen kann oder so, dann ist das was anderes. Aber einfach nur mehr Tasten sind für mich so der Inbegriff von einfallslosem Game-Design. Das Gleiche gilt auch für Cooldowns. Wenn ich halt einen Cooldown habe, der macht 25 Prozent mehr Damage, der andere Cooldown macht 25 Prozent mehr Haste. Sofern es keinen signifikanten Gameplay-technischen Unterschied zwischen Haste und Damage-Bonus gibt, den es meistens nicht gibt, in manchen Sonderfällen gab es den mal, aber meistens gibt es den nicht, habe ich da nicht viel von. Außer, dass ich eine Taste mehr drücken muss, um einen entsprechenden Cooldown auszulösen. Aber ja, was alles andere betrifft, wäre es halt immer interessant zu wissen, was ist die konkrete Fragestellung, was ist das konkrete Problem, um besser darauf antworten zu können. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch für die Zusendungen, Zuschriften. Macht bitte weiter so. In diesem Sinne Tschüss, sagt euer Onkel Balo.